jo servus leute und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen video auf meinem kanal ja das ist nur ein kleines info video und zwar wie ihr zum titel lesen könnt der chris hat jetzt auch einen youtube kanal eröffnet bzw ich beziehungsweise wir beide sage ich jetzt mal so wir beide ja er macht jetzt auch youtube er wird ja das wollte ich eigentlich nur kurz sagen das war's nein quatsch wir haben schon ein vorstellungsvideo für seinen kanal gedreht das haben wir auch schon hochgeladen heute wenn ich das drehen morgen wird das video kommen also gestern kam das dann wenn ihr das video seht dann haben wir das gestern hochgeladen ja es wird auf jeden fall unten verlinkt sein genauso wie sein kanal also sein kanal und sein vorstellungsvideos sind unten in der video beschreibung schaut auf jeden fall vorbei abonniert ihn natürlich wird hier auf dem kanal trotzdem noch mit chris ein paar videos kommen genauso wie andersrum auf seinem kanal wird jetzt auch mal videos nur er kommen bestimmt und halt trotzdem auch videos mit mir das ist klar vielleicht auch mit anderen beim chris ich weiß es ja nicht was er vor hat auf jeden fall ja wie gesagt unten in der video beschreibung es ist verlinkt sein kanal und sein vorstellungsvideo ja ich finde es gut sage ich jetzt mal aber dann das war es eigentlich dann schon wieder vom video wie gesagt war nur ein kurzes info video und ja dann würde ich sagen wenn ihr mein kanal noch nicht abonniert habt dann abonniert mein kanal wenn ihr die glocke noch nicht aktiviert habt aktiviert die glocke um keine videos und live streams zu verpassen wenn euch das gefällt dass chris ein kanal erstellt hat dann lasst einen daumen nach oben da und ihr könnt ihm ja auch im vorstellungsvideo dann direkt mal fragen oder so rein ballern dann könnte man vielleicht auch ein frage antwort video oder so machen wieso klasse ich gerade die ganze zeit hast ja okay ja da war es das jetzt wirklich vom video haut rein heute und peace